Du weißt, dass die Menschen vor langer Zeit glaubten, die Erde sei flach, oder? Jetzt ist uns klar, dass es sich mehr oder weniger um eine Kugel handelt und es scheint lächerlich etwas anderes zu denken, wenn es so viele harte Fakten gibt, die dies beweisen. Aber was wäre, wenn diese Menschen der Vergangenheit tatsächlich richtig gelegen hätten? Es stellt sich heraus, dass das vielleicht sogar möglich wäre, nur nicht in dem Sinne, wie wir darüber dachten. Kurz gesagt, die Art und Weise, wie wir denken, ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Idee. Weißt du, unser Gehirn ist eine sehr komplexe Sache und die Wissenschaft hat noch nicht vollständig geklärt, wie es funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es in 3D existiert, was bedeutet, dass wir Objekte aus drei verschiedenen Perspektiven wahrnehmen. Länge, Breite und Höhe. Nimm zum Beispiel einen Bleistift. Du kannst sagen, dass er 7,5 cm lang und 6,5 mm breit ist. Und dieselbe Höhe hat, da er an der Basis rund ist. Wenn eines dieser Maße fehlen würde, wäre er flach wie eine Zeichnung auf einem Blatt Papier. Nun, das alles scheint offensichtlich und du musst dich fragen, warum ich es überhaupt erwähne. Nun, die Sache ist, dass unser Gehirn, da es Dinge nur dreidimensional denken kann, sich keinen zweidimensionalen Raum der Realist vorstellen kann. James Cargill, Physiker an der University of California in Davis, vertritt die Ansicht, dass 2D-Universen existieren und sogar Leben unterstützen können. Darüber hinaus könnte unser eigenes Universum in der Tat ein 2D-Hologramm sein, das einfach so geformt ist, dass die Illusion eines 3D-Raums erzeugt wird, die unser Gehirn tröstet. Aber ich nehme mich hier selbst etwas vorweg. Lasst uns zunächst untersuchen, was Dr. Scargill unter 2D-Universen versteht. Zunächst wollte er das philosophische Konzept testen, dass ein Universum nur existieren kann, wenn es Leben gibt, welches es beobachtet. Einfach ausgedrückt, wenn es in einem Universum kein Lebewesen gibt, ist das einfach nicht real. Im Grunde genommen sah er 2D-Universen als etwas an, das auf keinen Fall existieren kann. Würde es dir gefallen, wenn deine Wohnung flach wäre? Dr. Scargill führte einige komplexe Berechnungen durch und stellte überrascht fest, dass in solchen Universen hypothetisch Leben existieren kann. Warte, bedeutet das, dass die Strichmännchen, die ich im Unterricht skizziert habe, aus einem anderen Universum stammen könnten? Ah, ich fühle mich schon jetzt verloren. Okay, die Hauptargumente gegen die Möglichkeit des Lebens in einem 2D-Universum sind erstens, dass in zwei Dimensionen keine Gravitationskraft möglich ist und zweitens, dass die Beschränkung auf einer einzelnen Ebene angeblich zu einfach ist, um Leben zu ermöglichen. Nun, lasst es uns auflösen. Albert Einstein sagt in seiner allgemeinen Relativitätstheorie, dass bewegte Objekte mit Masse eine Kurve in der Raumzeit erzeugen und andere Objekte in der Nähe zu sich ziehen. So funktioniert die Schwerkraft. Alles verfügt über sie und je größer die Masse ist, desto stärker ist die Schwerkraft. Deshalb umkreist unser Planet die Sonne und nicht umgekehrt. Die Sonne hat einfach eine stärkere Anziehungskraft. Okay, die Schwerkraft erklärt. Aber wer sagte, dass sie nur in drei Dimensionen existieren kann? Tatsächlich niemand. Und Dr. Scargills Berechnungen zeigen genau das. Es könnte ein Gravitationsfeld im 2D-Raum geben, sodass das erste Argument zumindest theoretisch ungültig ist. Das zweite Argument scheint noch schwächer zu sein als das erste. Es wird allgemein angenommen, dass das Leben nicht außerhalb unserer lieben drei Dimensionen existieren kann, weil alles andere einfach zu einfach ist. Dr. Scargill argumentiert hier, dass es flache Graphen gibt, die Eigenschaften wie neuronale Netze haben. In der Mathematik können solche Graphen in einer einzigen Ebene gezeichnet werden, sodass sich keine Linien kreuzen und nur an ihren Enden treffen, sodass sie keine dritte Dimension benötigen. Und wenn sie Eigenschaften gemeinsam haben, können sie im Wesentlichen ähnlich sein. All dies könnte ein Beweis dafür sein, dass 2D-Universen existieren. Zumindest können sie das Leben gewährleisten und das bedeutet, dass sie möglich sind. Ich hoffe, dein Gehirn tut doch nicht weh. Meins auf jeden Fall. Und das ist noch nicht einmal das Beste. Siehst du, viele Mathematiker glauben, dass unser eigenes Universum selbst zweidimensional ist. Ich wollte es dir nicht vermiesen, aber wir sind alle flach hier. Es ist wieder nur unser Gehirn, das denkt, dass alles um uns herum drei Dimensionen hat. Zumindest ist das die Theorie. Es wird holographisches Prinzip genannt, dessen Hauptidee es ist, dass das Universum im Wesentlichen 2D ist und für uns 3D aussieht, weil sein Bild auf einen kosmischen Horizont projiziert wird. Hologramme funktionieren ähnlich. Daher der Name. Und es gibt eine solide wissenschaftliche Grundlage dafür. Keine Sorge. Das Universum ist riesig, nicht wahr? Es ist in der Tat so groß, dass sich ein menschlicher Verstand seine Größe nicht einmal vorstellen kann. Aber es muss eine gewisse Form haben. Und Wissenschaftler haben drei Hauptmöglichkeiten vorhergesagt. Die erste ist eine positive Kurve, bei der sich alle Ränder des Universums in die gleiche Richtung drehen. Wenn dies für unser Universum zutrifft, ist es endlich. Das heißt, es hat ein Ende. Im Grunde wird es zur riesigen Kugel aus Vakuum und Galaxien im Inneren. Und obendrein, wenn du etwas in den Weltraum wirfst, wird es irgendwann von der anderen Seite zu dir zurückkehren. Genau wie auf der Erde. Die Astronomen haben jedoch längst bewiesen, dass das Universum ständig wächst und sich seine Ränder schneller als das Licht von uns entfernen. Das heißt, es kann nicht kugelförmig sein. Also, da haben wir es. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Universum negativ gekrümmt ist und in diesem Fall die Form eines Sattels annimmt. Auf diese Weise kann es unendlich erweitert werden. Aber wie Alan Duffy von der Swinburne University of Technology in Australien erklärt, würde dies zu einigen ziemlich seltsamen Effekten führen. Wenn du zum Beispiel zwei parallele Laserstrahlen in den Weltraum leuchten würdest, würden sie sich schnell voneinander wegbewegen und würden alles, was du in der Schule gelernt hast, in den Schatten stellen. Da dies nicht der Fall ist, bleibt uns die dritte Möglichkeit. Und das ist das Nichtvorhandensein einer Kurve. Wenn das Universum flach ist, kann es unendlich wachsen und es wird die Raumzeit um uns herum nicht verzerren. Genau das passiert uns gerade jetzt und es bringt uns zurück zu der Theorie, dass das Universum nur zwei Dimensionen benötigt. Warum sollte es mehr brauchen, richtig? Also los geht's. Die ganze Welt ist flach und wir merken es nicht einfach. Wow, das ist eine riesige Sache. Ich verstehe. Aber was ist mit den Menschen der Vergangenheit? Wussten sie wirklich etwas, was wir nicht wissen? Vielleicht gibt es eine einfache und beruhigendere Erklärung. Gehen wir in die Geschichte zurück und begegnen unseren Vorfahren, den alten Menschen. Du kennst Höhlenmalereien, oder? Zeichnungen von Tieren und Menschen an Jahrtausende alten Höhlenwänden. Wenn du sie gesehen hast, dann merkst du, dass alte Künstler nichts über Perspektive wussten. Sie zeichneten einfach, was sie von ihrem eigenen Standpunkt aus gesehen hatten. Wenn du darüber nachdenkst, tun kleine Kinder dasselbe. Ihre Zeichnungen enthalten kein Volumen. Das liegt daran, dass sie die Welt so sehen, wie sie ist, ohne künstliche Konzepte, die die Erwachsenen hinzufügen. Und so war es auch mit alten Menschen. Ich denke, du könntest sie die Kinder der planetarischen Skala nennen. Sie brauchten die Erde nicht als Kugel zu sehen. Sie lebten nur darauf und so sahen sie die Dinge klar. Diese Denkweise blieb ziemlich lange bestehen und war tief im menschlichen Gehirn verwurzelt. Hast du jemals versucht, über etwas zu streiten, von dem du wusstest, dass es wahr ist? Wenn dir jemand sagt, dass der Himmel lila und das Gras blau ist, was würdest du denken? Ich? Ich würde es zuerst für alle Fälle selbst überprüfen. Wer weiß? Wie auch immer, teile deine Meinung in den Kommentaren unten. Die Menschen der Vergangenheit wollten natürlich keine neuen und radikalen Ideen über unsere Welt übernehmen und sie zogen es vor, sie als flach zu betrachten. Aber dann wurde bewiesen, dass es nicht so ist und die Evolution des menschlichen Geistes begann schließlich. Denke aber nicht, dass ich verrückt bin, denn ich verstehe perfekt, dass Leute immer Objekte in 3D um sie herum gesehen haben. Sie kümmerten sich einfach nicht so sehr darum. Und schließlich muss ich sagen, dass unser Gehirn uns leicht durcheinander bringen kann. Die Sache ist, was auch immer wir sehen, hören, riechen, berühren oder schmecken, ist nicht wirklich ein tatsächliches Objekt, es ist unsere subjektive Wahrnehmung davon. Du weißt, wie es ist. Du nimmst einen Löffel einer köstlichen Fischsuppe und es macht deine Geschmacksknospen ganz aufgeregt. Dann bietest du einer Freundin an, sie zu versuchen und sie wird ganz grün, während sie daran riecht. Wie konntest du nur vergessen, dass sie Fisch hast? Schäm dich. Aber ich habe mich wieder ablenken lassen. Was ich sagen möchte ist, dass, was immer du tust, es dein Gehirn ist, das Signale von deinen Organen und Gliedmassen verarbeitet und dir ein klares Bild vor Augen gibt. So viele Menschen, und so viele Ansichten von der Welt und es gibt buchstäblich keine zwei Welten, die völlig identisch sind. Das ist einfach verdrückt, aber es lässt einen irgendwie glauben, dass wir alle in einem zweidimensionalen Raum leben könnten, nur als 3D. Okay, ich brauche eine Pause, um das alles erst einmal wirken zu lassen und vielleicht brauchst du jetzt auch eine. Das hat mich vor einiger Zeit umgehauen und ich habe überall am Mikrofon graue Substanz verteilt. Nur ein Scherz natürlich. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Aber geh noch nicht. 2D, flache Erde, egal was der Beweis ist. Wir haben über 2000 coole Videos für dich zum Ansehen. Klicke einfach auf das Winke oder rechte Video und genieße. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Bis zum nächsten Mal.